Das ist schade, aber naja, aus Fehlern lernt man, und dieses Match wird beweistig. Beziehungsweise die anderen Matches bewiesen, dass du es doch troche. Manchmal wird es nicht troche. Wow. Das stimmt. Kommt ja schon raus. Du packst ihn, fang doch rein, Mann. Das wird nicht knapp. Und noch eine Stahltreppe. Ja, der hat die gleiche Stahltreppe, die rausgefallen ist, wieder reingeholt. Ja, toll. Trinkt das jetzt was? Ja, 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 ist das? Die Verteidigung! Ja, die scheiß Treppe. Das ist so ein Kloppi, Alter. Und dann war auch mal wieder das große Finale gewesen. Ja, ist vorbei. Die Leute von Ergo Games. Ja. Oh, das hab ich schon eh scheiße. Er ist ja egal. Ja, ihr habt es jetzt gesehen. Wir haben... Ja, es war sehr aufregend, die Stunde. Und ich hoffe, ihr findet das genauso. Äh... Und wollt... Schönen... Mehr aufsehen! Nicht viel JBL, das ist ein Arschluss. Mehr aufsehen, ja. Und... Könnt ihr dann auch mal schreiben, was wir für Matches noch machen sollen. Wir werden weiterhin... Noch ein bisschen... Euch was zeigen, ja. Wie weit es geht mit JBL. Und... Meiner Wenigkeit als Champion. Ja, also... Ich übersteck's schon, ja. Wir trotzen. JBL, nächstes Mal bist du dran. Und seid bereit für die nächste Folge. Und... Ja... Hast du noch was zu sagen? Ne. Joa... Kauft euch das Spiel. Ich mach keine Werbung. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.